Und hier ist wieder der nächste Part. Und ich hasse diese Geister. Ich hasse sie wirklich. In diesem Part wird der Endgegner kommen, der wirklich nicht einfach ist, meiner Meinung nach. Zack. Aber irgendwie mag ich den Level trotzdem. Auch wenn die Schildkröten im Ritteranzug sind. Und Geister, die mich erstechen wollen. Auch nicht mal ausweichen. Ja, leck mich doch an. Na toll, ich hab schon wieder nur noch zwei Herzen. Nein! Ja, ist klar. Ist klar, ist klar. Hab ich noch Zielraketen? Oh, hab ich keine Zielraketen? Stirb! Oh, ich hab Angst. Ich bin gleich tot. Kann ich mal ne Möhre oder so kommen? Äh, Möhre. Ich will ne Möhre. Keine Fledermaus. Zumindest ein Save-Point. Möhre? Möhre? Bombe. Gib mir der Möhre mal. Möhri, 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 Möhri. Ach, da wollte ich mal mutig sein. Ja, von wegen auch. Na gut. Bäh. Okay, also machen wir's nochmal. Oder auch nicht. Ja, jetzt kann ich auch so durch. So. Kranker. Scheiß. Ah, hier ist aber ne Möhre drin. Wetten. Nein. Aber hier ist ne Möhre drin. Ja, eine Möhre. Und JJ Coins. Wow. Supi. Hier sind ganz viele Möhren auf einmal. Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche. Ey, überall Möhren auf einmal. Was soll das? Möhren-Apfel-Kalypse. Ja, ist er schon. Wow. Okay, hier kommt jetzt der Endboss. Okay, gut. Den mag ich wirklich überhaupt nicht. Wow, der visiert mich an. Alter. Wie soll man das denn machen? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, super. Okay, ich werde jetzt ab hier einen Cut machen und wir sehen uns dann beim Endgegner wieder, den ich dann besiege. Den ich auf jeden Fall besiege. Ja. Bis gleich. Sozusagen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.